Was ist das Besondere für Sie an diesem Turnier? Salzburg finde ich immer sehr spezial. Es hat sehr viele verschiedene Sparten, alles Mögliche, was mit Pferden zu tun hat. Auch Hunde sind hier anwesend. Es ist sehr groß und für uns natürlich auch eine schöne Halle, um zu reiten. Könnten Sie uns bitte noch Ihren Plan für nächstes Jahr sagen? Mein Plan ist, wenn alles gut läuft, dann würde ich gerne an der Europamesschrift teilnehmen nächstes Jahr und meine Pferde da vorbereiten auf das Ziel. Dankeschön. Danke. 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 Danke.